Wo Licht ist, da ist auch Schatten, manchmal auch sehr viel Schatten. Keine Sorge, wir sprechen hier nicht von Sünden, Lastern und Heimlichkeiten, sondern immer noch über Kunst. chiaroscuro, eine Zusammensetzung aus chiaro, hell oder klar und schuro, dunkel, finster, bezeichnet in der Malerei eine besonders im Barock wirkungsvoll eingesetzte, extrem übersteigerte Wirkung von Licht und Schatten, um eine emotional dramatische und bewegende Bildatmosphäre zu erzeugen. Dass sich mit starkem Kontrast von hell und dunkel dramatische Bildstimmungen erzeugen lassen, das haben bereits im alten Griechenland Künstler wie Apollodor von Athen erkannt, der mit schraffierten Schatten Körpervolumen andeutete. Mit dem Wiedererstarken der Malerei in der Proto-Renaissance lassen sich dann in Werken wie Die Geburt Christi von Giotto di Bondone im 14. Jahrhundert wieder erste klare Ansätze gezielter Raum- und Körpergestaltung mit Licht und Schatten erkennen. Vor allem aber in der Hoch-Renaissance intensivierte sich die Auseinandersetzung mit den sich bietenden Darstellungsmöglichkeiten von Körperlichkeit und Raumtiefe. Die Entwicklung der Zentralperspektive unter anderem durch Massaggio gab den Künstlern die Möglichkeit, durch raumlogische Konstruktion die Illusion von Tiefe und realistischer Proportion auf einer ebenen Malfläche zu erzeugen. Die Künstler der Zeit waren dabei aber nicht nur von der mimetischen Wiedergabe der mit den Augen wahrnehmbaren Raum- und Lichteffekte, sondern insbesondere von deren Auswirkung auf die narrativ-emotionale Dramatik der Bilder fasziniert. Da Vinci verließe ein Figurenkörpervolumen, indem er in seinen Zeichnungen zunächst auf farbigem Papier die dunklen Töne setzte und sich dann zu den helleren Tönen vorarbeitete. Einzelne Lichtakzente fügte er meist mit weißer Gouache oder heller Kreide hinzu. Systematisch entwickelte er so den Einsatz von Schlag- und Binnenschatten weiter. Ein wesentlicher Faktor auf dem Weg hin zu gesteigerter Plastizität und Raumwirkung in der Malerei war die Entwicklung der Ölfarbe. Vor der Renaissance war die schnell trocknende Tempera-Farbe, gebunden mit Ei oder Casein, das beliebteste Malmedium. Aufgrund seiner kurzen Trocknungszeit ist es allerdings recht schwierig, sanfte Farbverläufe zu erzielen. Darüber hinaus eignet sich Tempera aufgrund der hohen Deckkraft nicht für eine Arbeit in lasierenden Schichten. Ölfarbe aber, die als Bindemittel zum Beispiel Leinöl verwendet, bindet wesentlich langsamer ab. Dieser Umstand sowie die Transparenz der Farben ermöglichen es, Farbschichten so dünn übereinander aufzutragen, dass tiefer liegende Farbschichten durch die Lagen bis zur Oberfläche durchschimmern. So wurde es möglich, schrittweise komplexe Farbtöne von großer Farb-, Licht- und Schattentiefe aufzubauen. Das so entstehende Spiel mit Hell und Dunkel wurde schnell als die geeignete Technik zur Modellierung von Plastizität erkannt und hat maßgeblich dazu beigetragen, die Lebendigkeit und den Naturalismusgrad von Gemälden zu steigern. Nicht nur die äußere Erscheinung von Objekten und Figuren, sondern auch ihre innere Struktur und Volumen wurden nun klar herausgearbeitet und betont. So verschmelzen zum Beispiel in den Porträts da Vinci oder Giorgio Unis die abgebildeten Figuren mit der sie umgebenden Dunkelheit und treten zugleich deutlich aus ihr hervor. Künstler wie Tintoretto oder Georges de Latour nutzten die neuen Möglichkeiten aber auch für weitergehende Effekte und inszenierten in ihren Gemälden scharfe, unnatürlich übersteigerte Hell-Dunkel-Kontraste. Dazu organisierten sie ihre Kompositionen gezielt um die Beleuchtungsquelle herum. Der Einsatz und die Platzierung der Figuren auf bildnerischer Ebene und Verteilung von Licht und Schatten sind untrennbar miteinander verknüpft, orientieren sich aneinander. Der so entstandene starke Kontrast erzeugt die dramatischen Effekte des oft zu theatralig neigenden Barock und distanziert sich so von den rational-linearen Kompositionen der Früh-Renaissance, in denen das Licht zumeist gleichmäßig in das Bild eingestreut wird. Caravaggio, neben anderen, intensiviert das Spiel mit Licht und Schatten hin zu einer als Tenebrismus, von italienisch Tenebroso, Finster, bezeichneten, die Bildspannung noch weiter steigenden, radikalen Spielart des Chiaroscuro. So soll der Eindruck der Intimität dramatischer Begegnungen, das Gefühl eindringlicher psychologischer Komplexität geschaffen werden, in denen die Figuren oftmals aus einem tiefen Dunkel ins Licht treten. In seinem Gemälde »Die Berufung des Matthäus« betont der in die dramatische Szene fallende scharfe Lichtstrahl gezielt die Hauptfigur. Der den Kopf des besiegten Goliaths haltende, in weichen Tönen und mit sanften Farbübergängen gemalte David erstrahlt in einem hellen, von der linken Seite des Bildes auf ihn fallenden Licht. So verschmelzen die im Schatten liegenden Teile Davids sanft mit dem schwarzen Hintergrund. Im Kontrast dazu wird Goliaths abgetrennter Kopf durch das unmittelbar auf ihn fallende Licht in den Vordergrund geschoben, wo es die Schatten seines Haares, seiner gefalteten Stirn und seiner versenkten Augen betont. Peter Paul Rubens verwendet in seinem Gemälde »Die Kreuzaufrichtung« »Geschickt Licht und Schatten«, um die monumentale Darstellung des sich am Kreuz aufbäumenden Christus hervorzuheben. Andere Künstler wenden die Prinzipien der Hell-Dunkel-Malerei subtiler und vorsichtiger an und nutzen das Chiaroscuro, um eine eher ruhige, nachdenkliche Stimmung zu erzeugen. Rembrandt van Rijn beispielsweise untersucht in seinem Selbstporträt erforschend und feinfühlig die Beziehung zwischen Licht und Schatten. Der Großteil seines Gesichts liegt hier im Dunklen. Nur eine Seite ist einem sanften, diffus wirkenden Licht zugewandt. Darüber hinaus ist der Hintergrund statt in einem tiefen Schwarzton in Mitteltönen angelegt. In die Nachtwache setzt der Maler das Licht gezielt ein, um die Aufmerksamkeit auf die zentralen Figuren der Komposition zu lenken und die dramatische Atmosphäre der Szene zu erzeugen. Obgleich die Technik des Chiaroscuro im Barock ihren Höhepunkt findet, so nutzen auch Künstler in der Romantik und später im Realismus und Impressionismus ihre emotionale Wucht. Chiaroscuro wurde in der Folge in sich entwickelnden Formen der Kunst wie der Fotografie und dem Film genutzt und in unterschiedlicher Weise adaptiert. So hat es nicht nur die Malerei, sondern auch andere Kunstformen nachhaltig geprägt.